jo leute und damit willkommen zurück zu assassin's creed origins ja wir sind seit letztes mal schon in gizeh wir wollten eigentlich zur hyänen an einem krankenpill dann kamen paar aufgaben dazwischen die wir gemacht haben und ja würde ich sagen will ich noch mal ein bisschen sowas gucken wegen ausrüstung und alles seid nicht so gut da ist so viel mehr dabei finde ich zumindest aber können wir ja verkaufen blitzschlagbogen und den hausmann aber ich lasse den den werten wir auf was besser ist wie bei den anderen bogen schild da haben wir noch fernkampf widerstand adrenalin bei paraden nutze er nicht das steht nicht deswegen kann ich das ja immer weg sind da haben wir noch ein punkt falsch gedrückt mal wieder das dort weg okay äh schon wieder karte wo haben wir die jen gucken wir mal wieder gucken wir hier okay was ist das denn jetzt da läuft auch noch einer lang die jene müsste aber hier irgendwo sein ne questen die hyäne und statt auf die karte zurück zu gehen drücke ich mal b für zurück ah ne die hyäne ist hier aha okay damit das noch aktiviere den antiken mechanismus okay keine ahnung weiße nichts von dass sie fing sphinx wow erreck ja diese jene das sind noch welche geheimen mechanismus wo geht's denn hier wahrscheinlich rein hau die ab okay die große sphinx sie ist kleiner als erwartet wenn ich die hyäne finden will muss ich mit meret sprechen apollodorus kontakt er ist händler irgendwo auf dem marktplatz okay wo die jene die pfingste ist wirklich ganz schön klein okay sterb ups freck diese themen liegen jene okay dort sind die anderen abgehauen schauen wir ja okay ach da ist mein gang ne so wie das aussieht okay jetzt krieg ich das immer in der abräumen hin da sind die hyänen abgehauen wow lauf doch mal schneller so ich staubig ist noch so ne hyänen die hyänen kommen immer da oben raus ne ne doch nicht hat sie mir so aus okay da kommen wir nicht lang hm 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 naja als soll's hallo willkommen bei merets warenreisender nun was denkst du schund dann verschwinde ich bin nicht fertig bist du blind mehr hab ich dir nicht zu zeigen aber du kannst mir etwas sagen über die hyäne ah amüsant das ist zufällig das teuerste das ich anzubieten habe sehr amüsant lieferung nach bezahlung okay der wind wird stärker nicht gut hast du genug um ins geschäft zu kommen hier deine absurde gebühr was kannst du mir sagen nun hyäne ist nicht ihr richtiger name schon gut schon gut ein misslungener versuch lustig zu sein wo kann ich sie finden ihr name ist ralyset ein gefallen ein paar kunden haben nach einem streit mein pferd mitgenommen sie lagern in einem steinbruch südlich von hier nimm meine männer bring mir mein pferd und ich sage dir was du wissen willst es ist mir schleierhaft wie apollodorus dich empfehlen konnte du holst es mir zurück wenn apollodorus weiter meine dienste in anspruch nehmen will die hyäne kaliset ok nehmen wir das pferd einfach mit bist du ein freund von meret wo müssen wir denn hin da dann halten wir den weg mal lang machen es halt hier langsam manche leute sind viel zu langsamer aber war doch klar dass das für nicht zu einfach ist nur ein notgedrungenes bündnis meret hat nicht oft beschützer als verbündete er traut den behörden nicht aber er zahlt gut und nur wenige in gizeh zahlen überhaupt man kann dem sand in der hand nicht trauen was könnt ihr mir über die hyäne sagen diese haliset ein falsches wort und wir sind hyänenfutter netter versuch ok das war wieder klar dass wir da viele gegner sind irgendwie und ich wollte da rein reiten und das ist klar da zielokalisiert hm ein paar gegner ne aber auch nur ein paar ist das dein ernst so verdammt hey du kannst nicht freck ein schwachkopf und ein feigling manche sind echt schwer gestraft ok warum hat er das jetzt gesagt was machen die anderen beiden eigentlich irgendwo sonst wo ne ach da sind sie ja wow so so meins krieg ich den von hier wahrscheinlich ja nicht doch so der ist weg brandpfeil so aus Versehen wahrscheinlich angezündet okay was macht der typ da hinten äh bleib stehen hey weiß er nicht stirb du zau stirb auch meinst der typ ist ja nicht da hinten naja ouch ist das weh weiß ich nicht ich töte dich na dann was machen die anderen eigentlich überhaupt nix frisst das du ratte frisst okay müsste die mal alle langsam blendern obwohl man kriegt ja hier auch Pfeile ne und das problem ist das ja nicht wirklich oh guck mal da ist ja noch einer verdammt ey was du kannst nicht fliehen das hat mich ist das sein ernst dann rennt er mir voll im weg rum und ich hab ihn voll getroffen dadurch läuft manchmal denke ich mir auch wozu brauchst du solche Leute wenn du das alleine hinkriegst dann schlaf mal schön ok was ist das denn für ne höhle hm einfach mal gucken wir können das andere ja gleich noch machen ok wo sind wir hier hm können wir später nochmal rein wenn ich da dran denke um das nicht vergessen dieser wind ein sturm kommt auf ein sturm kommt auf wow ich töte dich jo ok na dann hm gut noch mehr vielleicht muss ja doch noch ein kommandant sein da da war er ich bring dich um ich bring dich um ach komm bam du hättest nicht herkommen soll du hättest nicht herkommen sollen du hättest nicht herkommen sollen du hättest nicht herkommen soll ey ist das nervig manchmal und das ist wenn die KIs zu dumm sind viel zu dumm Hallo Na du War ich nicht Ach da ist das Pferd Komm wenn wir schon hier sind ne Das muss mir Rättspferd sein Leider hat er mir verschwiegen Dass seine Kunden Banditen waren So gehts auch Wie hey Na komm Auf dich zu bewegen Warum guckt eigentlich die Wand an So dann nehmen wir den auch gleich mit Jupp Ist klar Was auch immer So Das haben wir auch Dann fehlt hier noch einer Ach komm Gehen wir aus dem Weg Guck mal noch ein Gegner Autsch Bam Sollte ich echt öfter einsetzen Okay Okay Warum ist anders einer Und du Bleibst nicht am Leben Zack Okay Wo ist denn das Ding Kann das sein Das ist das Okay Da oben sind auch noch Gegner Man ruht sich aus Kannst du Dass das in dieser Höhle Drin ist Hm Okay Okay Ja das Sonneingang ist Versicher Hm Wie kann das denn sein Wollten ja eigentlich gerade mit mir kuscheln Oder was war das Ich habe keine Ahnung was das gerade war Anfahren eigentlich Pels Hm Was ist das denn hier Nur ein Durchgang Jo Äh Ihr nervt Die nerven Zack Ich töte dich Ach der Lebt noch Warum weißt du mal so aus Hörst doch nicht Ach ja Ich will halt das letzte Ding noch haben Okay Äh Ja da oben sind noch zwei Hallo Na du Hast du nicht Ja Sterb Manche Gegner sind so nervig Di 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 Okay Zack Hier war keiner mehr Was seid der Den ich schon erledigt hab Was ist ein anderer Typ eigentlich Also ich dachte das geht ja gerade hoch Dann nicht Ah 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 Da war noch einer der sich ausruht ne Steh Hm Hm Stand da nicht irgendwas Wurzelt sich aus Ah da Okay Da ist das Ding Was ist so wirklich da drin Okay Glaub ich Wie weit geht denn das hier rein Okay Ganz schön weit Können von mir aus weg bleiben Okay Was ist denn das Ding Das wird da angezeigt Okay Hm 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 Okay Hm Hm Wie kommt man da rein? Autsch. Achso. Aha, okay. Das siehst du ja gar nicht. Das ist auch immer echt mies. Oh Gott, ihr nervt. Zack. Okay. Wenn schon, denn schon. Okay, dann können wir hier auch wieder raus. Vor allem wirklich wir. Die mehr die ganze Zeit hinterher rennen. So, dann das Pferd holen. Und dann haben wir das auch. Da, 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 da. Hä? Das sehen wir doch eben noch nicht hier. Hm. 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 Was haben wir denn hier? Hm. Hm. Äh. Ups. Machen wir das wieder so. Komm, geht mir doch aus dem Weg. Okay. Erstmal weg mit der Leiche. So. Ihr könnt wegbleiben. Ihr nervt einfach nur. Ah. Tschüss. Dü, 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 dü. Sind wir es langsam? Was? Hä? Was wollt ihr von mir? Ich hab doch gar nichts gemacht. Sind die mir immer noch hinterher? Vor allem sind sie mir auch immer noch hinterher. Ah. Nervt nicht. Nichts. Autsch. Oh. Oh. Fuck. Autsch. Wa? Wuh? 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 Didn't say that. Wuh? 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 Na du? so wow ich auch noch abgefackelt worden in dem dämlichen pennei ah diese scheiß Brandpfeile ist das denn scheiß ernst darf ich das nochmal machen nochmal ich lasse sowas nur wegen diesen Spacken die da mit einem aufgetaucht sind wohl kaum nur ein notgedrungenes Bündnis Meret hat nicht oft Beschützer als Verbündete er traut den Behörden nicht aber er zahlt gut und nur wenige in Gizeh zahlen überhaupt man kann dem Sand in der Hand nicht trauen hier schießen sie ein falsches Wort und wir sind Hyänenfutter netter Versuch komm mit sei wachsam wir müssen ein Pferd zurückholen ok die sind noch tot das sollte ich mir ansehen das liegt da ja schon wieder auf das muss mir Reds Pferd sein leider hat er mir verschwiegen dass seine Kunden Banditen waren naja wenigstens muss man das nicht nochmal machen naja woher sind die mir da mal aufgetaucht diese Mistkerl ey irgendwelche random die mir ganze Zeit hinterher geritten sind wobei ich dir nichts getan hab äh ja genau sehe ich auch so wow boi geh weg du KI schwindel reck meine Güte ey ich hasse sowas Nick Ennis Schwindere und Schwindler Versucher und Deserteure du bist zurück na sieh mal einer an du hast verschwiegen dass deine Kunden Banditen waren war mir entfallen hmm gut besser als meins sagtest du nicht das wäre deins ähm ja ja das ist es auch das hast du gut gemacht mein Freund halte dich an die Abmachung ich stehe zu meinem Wort aber ich muss dich um noch etwas bitten ich habe genug also gut die Hyäne lebt in einer Höhle gleich hinter den Hügeln Tag und Nacht läuft sie durch die Wüste und sammelt Kieselglas die kostbaren Tränen der Götter was mit jenen passiert die sie dabei stören bleibt besser ungesagt wenn das noch eine weitere sinnlose Jagd ist treffen nicht nur meine Worte auf deine Ohren tausendfach versprochen ich habe keinen Grund dich zu täuschen was solltet der Schiff denn Nick Kremsch und Desperate äh 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 wo kommen die mit da mehr her äh 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 nicht nochmal mit mir äh nicht nochmal mit mir gib den Weg was verschafft mir mehr Zeit ich muss weiter was wollen die denn ständig von mir äh 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 weg äh 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 ä äh